In dem Video fragt ihr wie ihr sehr viel, sehr schnell und sehr schnell viel Geld machen könnt und persönlich finde ich es richtig nice, da zum Intro geht es auch sofort los. Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr da seid. Um hier das zu machen, müsst ihr euch erstmal die Videobeschreibung begeben, einen Job markieren, eurer Plattform entsprechend markiert euch den Job, den ihr braucht und wenn ihr das gemacht habt, dann kauft euch hier eine Autowerkstatt. Wenn ihr die noch nicht habt, solltet ihr die vielleicht vorher kaufen, denn es funktioniert nur, wenn ihr eine Autowerkstatt besitzt. Sie sind aktuell im Angebot, also schlagt zu. Habt ihr alles markiert und eure Plattform entsprechend die Liste markiert, dann geht ihr in euer Lobby, geht hier auf eine Lobby drauf, geht auf Spiel, stellt euch hier vor, registriert euch als CEO und wählt die Spiegeliste aus und dann markiert die Spiegelisten. Startet diese Ganze, dann könnt ihr das alleine durchspielen, stellt es aber hier auf Hassladen, habt ihr wenigstens ein MG, könnt ihr alleine durchspielen oder macht es wie ich mit dem Poly GTA, Grüße gehen raus und spielt diese Mission ganz normal. Ich denke mal, dass ich nicht jetzt die Mission erklären muss und dann bekommt ihr 877.500, wenn ihr das zu zweit spielt. Alleine, denke ich mal, bekommt ihr noch ein wenig weniger. Ich denke mal, das ist logisch, weil der Job über einen Multiplikator verfügt. Und das Ganze ist lustig, ihr könnt das Ganze nochmal direkt in der nächsten Lobby direkt wiederholen, Unit to Percy Contact, direkt neu, nochmal geladen, Freunde eingeladen, dann ist der Chrissy gejoint, und auch Grüße gehen hier aus den anderen raus an den Chrissy, KS. Ja, danke für den niceen Abend gestern. Wir haben richtig fett nochmal Cash gemacht, hat Spaß gemacht. So, hier haben wir auf jeden Fall nochmal direkt gestartet, zu dritt mit dem lieben Poly die GTA zusammen und haben die Mission auch nochmal abgeschlossen und ja, haben dann als Host bekommen wir hier dann auch eine fette Summe und zwar ist diese dann schon etwas krasser, die wir dann bekommen, wenn wir zu dritt sind. Und zwar bekommen wir zu dritt, das ist eine fette Megasumme und zwar 945.000 zu dritt, eine Megasumme. Und Leute, ich wünsche euch viel Spaß beim Geld verdienen. Das geht auf allen Plattformen, Xbox, PC, gönnt euch. Es ist indirekt legit, ihr macht hier nur eine Mission, ihr tut nicht wirklich glitschen, ihr müsst hier nur immer auf Fortfahren drücken. Das ist ganz wichtig. Ansonsten, wie gesagt, Leute, bin ich erstmal raus. Ich wünsche euch ein schönes restliches Wochenende. Wir sehen uns dann Dienstag im nächsten Stream wieder. Euer Zockerbeast91 und dann haut rein und genießt es reich werden in GTA Online mit einer Legend Mission und ciao.